Junge Leute herzlich willkommen zurück zu Braille. So, gucken wir mal was uns hier noch erwartet als nächstes. So, gucken wir hier. Wieder schon von Anfang an, wir erkennen hier in dem Spiel. Okay. Okay, auf dem Beispiel tatsächlich noch mal zurück, interessanterweise, hm, na gut. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Yeah. Geht mal ruhig hier. Schauen wir mal, wo uns das hier alles noch hinhört. Ja. Jetzt aber schnell rüber hier, oder wie? Ja. 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 ja nun so von hier kam ich noch hier wohl weiter wir schicken uns hier einfach ruhig hat er auf zu gehen der plan hier was macht das jetzt diese geschichten jetzt aus oder irgendwie sowas nicht wirklich nur aber ich vermute mal ich muss wieder zurück doch der laser geht einfach nicht mehr an so aus ich kann mich das ganze jetzt darüber transportieren ohne dass ich hier kaputt gehe sieht so aus das klappt wohl aber der hier läuft noch jetzt haben wir noch warten damit ich dann hier durchlaufen kann und was mache ich hier falsch wo ich so hier drin bin kann mich nicht bestören junge 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 ich glaube ich muss da irgendwie rechtzeitig auf der anderen seite dann rauslaufen so eine timing geschichte weiter hier mal ja kommt der auslauflauflauflauf ist aber schon rechts daraus holen tatsächlich ohne schlecht okay was hat es hiermit wieder auf sich irgendwas ist hier wieder mal mit ja okay position und so wenn wir mal mit dem schalter okay hat sich was geöffnet aber hier okay so dann ich muss mich hier doch mal umschauen hier war noch was und hier kam ich doch oder da kommt wieder der laser jetzt erstmal wieder orientierung gewinnen hier der böse da unten ist auf den schalter mal gucken jeden fall wohl erstmal hier durch hier gibt es gleich wahrscheinlich einen kleinen krieg ja habe ich mir gedacht ja genau ich komme hier natürlich nicht mehr weg ne nicht verrückt oder so ja und immer noch mehr und noch mehr aus von euch genau ich bin noch nicht genug die post ab hier steht mal ruhe da jetzt leichts aber noch einer von denen den auch noch mal eben zerlegt geht schon äh ja bekannt war das mussten wir zu anfang schon mal regeln die helle kommt der jetzt wieder her oh yeah der komplex okay gut in nicht mit mir hier da machen wir auf die bruder wir können ja auch mal ein bisschen snibern die waffe macht aber richtig passen doch das mehr feierabend muss hier hoch oder? ich weiß es nicht. nee das funktioniert nicht so. nicht so ganz. das ist hier nur wieder. komme ich ja nur zurück. das gefühl ich muss da irgendwie hin. also alarmsystem erstmal ausschalten. ja kann ich definitiv nicht schaden. hier unten drunter lang. aha. jetzt so ergeben. durch zufall. mal eben entdeckt. kann man auch mal machen. auch noch. fäng die jetzt alle einfach mal weg. ja. weil es was macht. nicht zum drücken hier. okay. 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 nicht nur aber gut weist drum ich passe schon jeder was macht mir wahrscheinlich das leben um einiges leichter doch machen wir hier erst mal ein cut bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt pray